Herzlich Willkommen zur Preisübergabe des Schülermedienpreises 2021. Hi, ich bin Juli und ich habe mit meinem Stop-Motion-Film anders beim Schülermedienpreis den Preis für die beste kreative Umsetzung gewonnen. Es geht um ein Mädchen und sie ist einfach anders als alle anderen. Und es sind eigentlich nur solche Kleinigkeiten. Manchmal hat sie einen Elm-Regenschirm und die anderen haben einen schwarzen, aber sie schwimmt halt immer so ein bisschen gegen den Strom. Ich habe angefangen damit ein Storyboard so ein bisschen zu schreiben und mir verschiedene Szenen zu überlegen. Und dann habe ich eben angefangen einfach nur zu malen. Und dann habe ich immer abends Fotos gemacht, immer die Figuren ganz leicht verändert. Und als ich dann endlich alle zusammen hatte, was sehr lange gedauert hat, habe ich von überall her Töne aufgenommen oder Papier rascheln lassen. Herzlichen Glückwunsch zum Sonderpreis Beste kreative Umsetzung. Die Jury fand deinen Film sehr unterhaltsam und war begeistert von den schönen Figuren, die du erstellt hast. Es ist sehr, sehr mutig, einen Film über dich selbst zu erstellen und noch mutiger, anders zu sein. Also klar, ich habe diese ganzen Szenen jetzt nicht eins zu eins erlebt, aber auch wenn ich mal im Schwimmbad bin oder so, dann sind alle so, machen Selfies und so. Ich habe halt dann einfach Spaß und dann habe ich mir gedacht, mache ich doch den Film so ein bisschen über sowas anders sein. Dieser Mut und deine Kreativität hat die Jury beeindruckt, weswegen sie deinen Beitrag für den Sonderpreis Beste kreative Umsetzung auserwählt hat. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung. Und hier ist der Preis. Also ich habe mich total gefreut, auch als der Anruf dann kam, weil ich halt es auch nicht wirklich gedacht hätte. Und dann dachte ich halt so, ja, egal, ich habe es jetzt gemacht und es hat Spaß gemacht und ich reiche jetzt ein, auch wenn ich nicht gewinne. Jetzt habe ich trotzdem gewonnen und ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich sehr gefreut.